Bluefin Cruise Dieses aufblasbare Stand-Up Paddling Board von Bluefin wird mit einem Kajaksitz geliefert. Den Sitz kannst du ganz einfach montieren und ihr Subboard in einen Kajak umwandeln. Das Subboard ist ein echter Allrounder. Es ist perfekt für Surfen, Touring, Hobby Paddling, Flusspaddeln und Kajakfahren. Das Material des Bluefin Cruise Subboards ist besonders stabil und haltbar. Es besteht aus einer 3-Schicht-PVC-Konstruktion mit überlappenden Nähten, die militärischen Standards entspricht. Aufgrund seiner sehr robusten Bauweise fällt das Subboard ein Gewicht bis maximal 190 kg aus. Die Schaumstoffoberfläche aus EFA bietet Ihnen ein sicheres Standgefühl. Dank der extra breiten und langen Bauweise zeigt das Subboard von Bluefin ein gutes Spurverhalten und ist sehr gut für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Du bekommst neben dem montierbaren Kajaksitz ein höhenverstellbares Paddle, einen geräumigen Rucksack, eine Sicherheitsleine, eine Handpumpe und ein Reparaturset mitgeliefert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.